Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute lesen wir ein sehr interessantes Evangelium, wo Jesus uns auf die Wichtigkeit seiner Geburt hinweist, auf das Wort Gottes. Und Gott hat Geburt gegeben, nicht um uns zu bestrafen, nicht um uns klein zu machen, sondern uns zum Schutz. Gott ist ein liebender Vater und er will, dass wir vor Gefahren bewahrt bleiben, so wie ein guter Vater, eine gute Mutter ihrem Kind sagen, pass hier auf, pass dort auf, weil sie echte Sorge tragen für das Kind und nicht wollen, nicht möchten, dass das Kind später Schmerz leidet. Also Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Dann geht er weiter. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Liebe Brüder und Schwestern, diese kleinste Buchstaben, man kann sagen, das Jota, aber es gibt noch etwas anderes in der hebräischen Sprache. Die hebräische Sprache kennt kaum geschriebene Vokale. I, U, E, O, A, so wie wir mitschreiben, mit Konsonanten gemischt. Dieses Schriftbild gibt es im Hebräischen nicht. Es gibt nur die Konsonanten. Und man muss schon ein bisschen aufpassen, was jetzt kommt, welches Wort, wie es ausgesprochen wird, wie man es sagt. Und es kann sein, es kann vorkommen, dass man dieselben Konsonanten hat und im Kontext weiß man, es ist trotzdem ein anderes Wort, je nach diesen kleinen Punkten, die man hier oder dort oder dort setzen kann. Und mit Sicherheit haben die Zuhörer Jesu sehr wohl verstanden, als er von diesen kleinen Punkten gesprochen hat. Und sie haben mit Sicherheit gewusst, dass Jesus spricht vom Paradies und von dem, was im Paradies geschehen ist. Gott hatte also gesagt, ihr könnt von allen Bäumen des Paradieses essen, nur von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse überlasst mir das. Ich weiß, was gut ist, was gut ist für euch und was auch nicht gut ist für euch. Und dann kommt die Schlange. Und dann sagt sie, hat Gott wirklich gesagt? Und dann kommen so kleine Zweifel werden gesät. Ist das nicht auch in unserer Zeit so, dass manche sagen, ja, die alte Bibel hat Gott wirklich gesagt? Das kann man doch heute nicht mehr so oder so oder so lesen. Hat Gott wirklich gesagt? Nein, Gott weiß viel mehr. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr erkennen. Er werdet sein wie Gott. Und was passiert? Die Frau, sie sieht dann diesen Baum. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen. Dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Und sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Bleiben wir mal hier stehen. Es war eine Verlockung, klug zu werden. Und dieses Wort klug, ohne Konsonanten kann man es lesen, klug. Und das heißt in Hebräisch Arum. Sie hat dann gegessen. Sie hat ihrem Mann auch gegeben. Beide haben davon gegessen. Und dann lesen wir weiter, was ist passiert. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nicht Arum waren, sondern Arum waren. Was ist der Unterschied? Arum wäre klug und Arum, sie erkannten, dass sie nackt waren. Was meint die Bibel jetzt mit dieser Nacktheit? Es geht nicht nur um die körperliche Nacktheit, aber es geht um diese geistliche Nacktheit. Wenn wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen, wenn wir es nicht annehmen, wenn wir es nicht befolgen, Gott straft uns nicht. Aber es geschieht trotzdem etwas. Wir nehmen uns den Schutz Gottes selbst weg. Nicht Gott hat uns bestraft. Nicht Gott hat uns etwas weggenommen. Wir selbst haben uns etwas weggenommen. Liebe Brüder und Schwestern, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes leben. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Auch wenn es nicht dem Mainstream entspricht, was die Menschen denken, wollen und meinen und so fort, wie viel wurde schon reformiert an der Heiligen Schrift. Ich würde mich nicht trauen, auch nur eine halbe Viertelseite aus der Heiligen Schrift herauszureißen, außer dann vielleicht ein Kommentar oder ein Vorwort. Aber vom Wort Gottes würde ich nichts wegnehmen wollen. Und die geheime Offenbarung sagt, ja, verflucht ist der, der diesem Wort, diesen Worten etwas wegnimmt oder etwas hinzufügt. Und Jesus mahnt uns. Und Jesus ist so demütig, dass selbst er, Mensch geworden, Mensch gewordener Gott, dass er das Wort Gottes liebt, respektiert und er sagt sogar, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Lasst uns dem Herrn danken für jedes Wort, das auf seinen Mund kommt. Lasst uns dafür danken, dass er uns auch durch sein Wort schützt, uns Weisung gibt, Rat gibt, dass er uns leitet und führt. Und dazu möge der Herr uns auch heute segnen. Er möge uns vertiefen mit seinem Schutz, mit seiner Liebe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen einen gesegneten Tag in der Liebe des Herrn.